. Kamera löst. Klappe. Und Action. Cut. Etagentipp auf. hallo wir sind wieder auf dem donaufest heute regnet es leider sehr arg und wir schauen mal trotzdem was los ist wir sind jetzt bei den bildhauern wer sind sie ja mein name ist titmar rudolf und ich bin bildhauer ich arbeite als steinmetzer und steinbildhauer im ulmer münster und bin freischaffender bildhauer hier in ulm und habe eine werkstatt im steinbruch in herlingen lautern und was machen sie beim donaufest was ich beim donaufest mache das ist eine gute frage also ich bin seit jahren seit 2001 genau bin ich auf symposium unterwegs aber auch schon in kanada italien österreich und mir kam die idee selber hier in ulm ein symposium zu veranstalten das war dann ja eine lange zeit war ich auf der suche mit deinem partner weil das kostet natürlich auch geld und bin dann auf das donau büro zugegangen und habe die gefragt hättet ihr nicht lust ein bildhauer symposium mit bildhauern aus den zehn donauländern hier in ulm während dem donaufest zu veranstalten und die waren dann sofort auch begeistert davon und die ergebnisse haben wir jetzt hier wir haben vier bildhauer hier aus moldawien aus kroatien serbien und rumänien und die arbeiten jetzt hier während der zeit des donaufestes eine skulptur zum thema begegnung so jetzt probieren wir selber wie schwer es ist steine zu meißeln heute sind wir am donau büro und interviewen frau meige sie ist die hauptverantwortliche für das donaufest was genau macht das donau büro also das donau büro wird von den beiden städten ulm und neuem finanziert wir sind gemeinnützig und als großes projekt machen wir natürlich das internationale donaufest was alle zwei jahre stattfindet das ist damit unser allergrößtes projekt weil so eine veranstaltung mit 300.000 besuchern 150 veranstaltungen das braucht eine ganze menge arbeit und damit sind wir wirklich sehr gut beschäftigt aber wir machen natürlich auch veranstaltungen in den jahren dazwischen zum beispiel informationsveranstaltungen für ältere leute aber genauso auch familiennachmittage kinderprogramme wie zum beispiel am internationalen donautag was ist ihre aufgabe also meine aufgabe als leitung ist zum einen mich um fördergelder zu kümmern damit wir ganz viele projekte machen können unter anderem zum beispiel auch das projekt mit euch hier mit dem stadtjugendring zum anderen natürlich die leitung dass ich schaue was machen meine mitarbeiter dass ich denen auch ein bisschen hilfestellung gebe und die ganzen projekte koordiniere was gefällt ihnen donaufest am donaufest gefällt mir alles also ich kann nicht sagen die eine veranstaltung ist besser wie die andere sondern ich finde es sehr sehr schön dass wir alle länder von der donau da haben alle zehn vertreter sowohl im kunsthandwerk in der gastronomie in der musik in der literatur und natürlich auch ganz viele jugendprojekte seit wann veranstalten sie das donaufest das donaufest findet jetzt zum neunten mal statt es gibt es seit 1998 und ich selber bin seit 2009 hier im donauberon in welchem land an der donau waren sie schon ich war in fast allen ländern schon an der donau nur in moldawien war ich noch nicht wird das donaufest in zwei jahren noch stattfinden auf alle fälle ganz sicher ich kann euch sogar auch schon den termin sagen das ist nämlich der erste bis der zehnte juli 2016 danke für das interview und ich wünsche ihnen einen schönen tag danke hallo wir sind im edwin scharfhaus und werden mal nach oben schauen was die leute vom donau jugend camp machen und los geht's wie ihr sehen könnt ist im hintergrund die generalprobe und heute abend geht es dann los die dann und 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 Ich hoffe, es hat euch viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Bis zum nächsten Mal.